So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play der Binding of Isaac Rebirth, dem DLC Afterbirth. Ich bin's mal wieder, Euroboom36 und wir machen mal wieder einen komplett neuen Run mit Madeleine. Wir haben im letzten Part List freigeschaltet, das heißt, Mamis Herz ist jetzt nämlich lebendig. So. Das war jetzt Absicht. Okay, schauen wir mal. So, das ist auch wieder so ein Scheiß-Item-Snacker. Don't stall it. So, da krieg ich jetzt nur so bitte Anfangs-Items. So, nochmal. Ich mag den Item-Snacker nicht. Was ist das denn? Laser. Aha, okay. Na gut, von mir aus. Ich schieße ja sonst so weit auch hier noch mit. Also von dem her... ...wirst du das Ding kaputt machen. Danke. Na, na, na. Da ist ein farbiger Stein. Und ich schieße mal da keine Bombe. Schau, dass der Laser nicht durch die Steine durchgeht. Oh, ist das ein blöder Raum zum Kämpfen. Na, komm. Na, komm schon. Ein Herz. Yeah. Ich bin der Magik-Man, okay. Der Duke of Lies. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Super, zwei haben wir noch getroffen. Stuff. Juffi failed it. Okay, der Empower ist Challenge-Me, ne? Was ist noch das? Ja, genau. I'm the Magic-Man. Was haben wir hier? Speed up. Und eine Bombe, die will ich haben. So. Wir hatten auch jetzt irgendwo einen farbigen Stein. Hier war er nicht. Sondern er war hier. Da sind nur zwei Herzen drin. Okay. Aber Moment mal. Wir haben da hinten noch den einen Raum, ne? Den wir noch nicht angeschaut haben. Okay, da kommt anscheinend gerade irgendwie gar nichts. Holy Shot. Okay, das ist schon mal etwas. Und dieser Laser nervt mich ein bisschen. Ich möchte dadurch so viel langsamer schießen. Na ja, egal. Gehen wir ins nächste Loch. Da-dam. Da-dam. So, gib mir bitte was Sinnvolles. Okay. Ein Herz war in Ordnung. Ein grüner Laser. Na komm, 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 geh drauf Na, na Danke Schlüssel Wie ist das Spinnen hier? Boah, Hilfe Yeah Eine Bombe Okay Das kann ich raten, wo der Geheimgang ist Nope Nope Da und da ist er nicht Ich hab noch eine Münze für dich Nein, du gibst mir nix Okay Na ganz toll Da hätte ich jetzt die Bombe gebrauchen können Toll, echt Ja, ja, ja Oh, na komm Geh mir zuliebe drauf Komm, geh drauf HP ab Okay Hm Also so wirklich begeistert von dem Items, was ich aktuell habe Bin ich nicht Ich hab nur eine Stärke 1 Oh Gott Also eigentlich sollte ich mich gleich umbringen Oh Gottes Willen Okay, wir bringen uns mal schnell um Weil es hat so keinen Sinn Es macht zwar Viel Spaß mit dem Laser Aber es dauert halt also viel zu lange Wenn man stärker 1 Hallo Gut So, neue Runde Okay Warum kriege ich jetzt so viele Münzen So, komm schon Komm schon So, wo könnte jetzt der Raum sein? Aua Hier wäre wieder ein farbiger Stein Na, na So, komm schon Komm schon Ist ja auch wieder so ein Mist Das hat doch so keinen Sinn Ach, hei, Mini Nochmal Na, na, na Was habe ich jetzt? Cues of the Maze Okay Das hat mir jetzt nichts Oh Gott Äh, ich hab Ein Schlüssel, okay. So, wir brauchen noch den Itemraum. Mit Bomben, das ist doch schon mal gut. Ein Herz, yay. Hier sind auch noch Bomben drin, cool. So. So, könnte ich mir weder raten, wo der Geheimgang ist, aber ich hab echt keine Ahnung. Hm. I don't know. Oh. So, umbringen will ich mich jetzt eigentlich nicht. Eigentlich. So, weiter geht's. Ich hab schon mal zehn Münzen, ne? Ausgernit der als ersten Gegner. Ausgernit der als ersten Gegner. Agua. Ah, Hilfe. Was wird es sterben gehen, Spinne? Stuff, okay. The Tower. Puberty. Äh, weiß nicht, ob das besser ist. Egal, ich muss das einfach mal mit. Mal schauen, ob das besser ist. Keine Ahnung. Da, 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 da. Auch cool, okay. Fünf Schlüssel hätte ich. Das ist im Angebot, aber... Na, 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 na. Das sieht so komisch aus, wie wenn ich ein Karton anhätte. So, ne Bombe. Aua. Na, 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 na. Hey, cool, ich hab den Geheimgang gefunden. Okay, jetzt sollte ich definitiv erstmal in den Shop-Raum schauen. Bevor ich in den Item-Raum schaue. Da ist zu, okay, alles klar. So, erstmal schauen. Was zum Bomben. Joker. Äh, Zoll. Aua. Du bist doch wahnsinnig. Okay, was ist das jetzt hier nochmal? Die Tower, genau. Double Item-Chart. Was ist das hier? Joker. Schon wieder? Okay. Das hebe ich mir auf. Und die eine Münze, den stopfe ich jetzt da rein. Äh, warte mal. Ich will der Tower erstmal mitnehmen. Äh, der Tower? Ich weiß, wir haben hier noch ein Herz. Wollte ich mir noch kurz reinschauen. Was ist hier drin? Der Scheiß. Na, das ist ein Mist eigentlich. Voll der Mist. Warte mal, ich hab's gar nicht... Äh, auch schlecht. Egal. Wir versuchen's jetzt einfach und fertig. Oh je. Okay. Okay. Puberty. Däh. Die Maske! Hilfe! Oh, du machst mich wahnsinnig gleich. Oh, geschafft! Oh, Gottes Willen! Oh, ich hab die Maske! Yay! Die Maske ist doch schon mal gut! Yay! So. Okay, ähm... Halt, warte, ich hab doch noch so ein Schlafbettchen. Das werde ich auch gleich nutzen. Psch, psch. So, dir kann ich jetzt leider nichts in den Rachen stopfen, deswegen mach ich bumm mit dir. iPhone-Pilz. Okay. Ich muss dran denken, dass ich noch das Double-Item-Charge habe. So, komm schon, komm schon, geht ruf. Ach. Okay. 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 So, jetzt könnte ich raten, ob hier der Geheimgang ist. Ist ja ganz offensichtlich nicht. Vielleicht ist er vielleicht hier. Aua. Aua. Aua…. So, wir machen jetzt ganz viele Schlüssel, weil die brauche ich immer. Schlüssel, Schlüssel! So, wie viele Schlüssel habe ich jetzt? 17. Jetzt hätte ich eigentlich den einen Typen da nutzen können, aber jetzt habe ich ihn ja kaputt gemacht. Ach, egal, 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 egal. So, der Hound. 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 So, ich habe das Doppel-Item-Charge, was ich mir gekauft habe. So, jetzt wäre das ja unsinnig. Dann habe ich nämlich zwei neue HPs. Genau, genau. So, jetzt habt ihr nochmal Doppel-Item-Charge auch in Aktion gesehen. So, ich habe das Doppel-Item-Charge. So, ich habe das Doppel-Item-Charge. So, ich habe das Doppel-Item-Charge. Ich habe das Doppel-Item-Charge. Ich habe das Doppel-Item-Charge. Okay. Na, na, na? Aua! Na? Ja, jetzt kriege ich alles immer doppelt, ne? Genau. Was macht ja dieses Item aus? Yeah! Ja, ich will so mal besterben. Dankeschön. 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 Cool. Meine Güter sind die wild. Na, na, na? Mann, 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 Mann. Jetzt bin ich ja schon gleich wieder beim Boss. Komm, geht ruf. Komm, geht ruf. So, letzter. Zwei Schlüssel, okay. Deswegen hab ich wieder keine Ahnung, wo der Geimgang sein soll. Machen wir das mit dem Boss. Oh. Schön, dass das Spiel jetzt installiert ist. Wollte ich nicht wissen. Oh, gutti. Oh, gutti. Oh, wir müssen bitte endlich mal sterben. Meine Güte dauert der lange. Meine Güte. Oh, komm schon. So, danke. Meine Güte. Speed und Range ab. Also gleich kann ich schießen ohne Ende. Wow, oh Gott, ich bin viel zu schnell. Hilfe! Ist der Geheimgang vielleicht hier? Ja, da ist er sogar. Was bringt dieser Geheimgang? Gar nichts eigentlich. Oh. Ich bin viel zu viel. So, ich bin viel zu viel. So, ich bin viel zu viel. Ich bin viel zu viel. Oh Gott. Oh, okay. Das ist ja gar nix. Dumm. Ey, diese gefräßigen Würmer hier. Immer diese gefräßigen Würmer. Das ist ja ein Mystery, toll. Das ist ja ein Mystery, okay. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mal durch den Raum da rennen. Okay. Ah, ich krieg noch Münzen, alles klar. So, keine Angst, ich will mich nicht noch mal umbringen. Aber po, da passt das ja schon längst voll, ne? Fällt mir gerade mal so auf, ja. So, Shop-Raum, komm her. More Sachs. Eine Tasche. Und ein Herz. Und dann stopf ich die Münzen wieder da rein. Was ist das hier eigentlich? Tears Up. Okay. Hat mal wieder nicht gereicht. Okay. So, dann holen wir uns das Herz und springen ins Loch. Und dann machen wir hier weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.